hallo zusammen ich bin immer noch am downstrokes üben was ich noch nie konnte war der wechsel zwischen 16 und triolen sofern es 16 sind keine ahnung aber auf jeden fall eben vier schläge in den takt zu packen und im nächsten tag nur drei schläge und das übe ich jetzt das zeige ich euch jetzt ich habe hier mal ein tempo von 85 und wenn ich jetzt triolen spiele das kann ich nämlich hier einstellen kann ich mir das mal anhören eigentlich nicht so schwer aber jetzt versuche ich mal dafür rein zu packen ja eben und dieser übergang in die triolen so finde ich es einfacher und jetzt 88 richtig an wie mädchen wenn ihr noch mehr solche übungen für mich hat wie ich ja so langsam aber sicher mich dem metal annähern kann schreibt es in die kommentare ich bin gespannt postet auch gerne ein video oder schickt uns ein video an info at the-failors.com und ich werde es umsetzen bleibt rockig ciao bis bald das war ja mal wieder ein knüller wenn es euch gefallen hat abonniert unseren kanal gebt uns ein like ringt die bell und schickt uns eure videos infos dazu findet ihr in unserer kanal info und jetzt übel 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 und mit film nicht vergessen und dann Echolette hat keinen Metal-Sound.